Können wir bitte mal darüber reden, dass die Wurst einfach eine billige Kopie von der Gurke ist? Was gibt es denn besseres, an einem extrem heißen Sommertag so etwas Erfrischendes und Leicht Süßes zu sich zu nehmen? Mit Ausnahme von Melonen und Tomaten. Die sind dann vielleicht noch ein bisschen besser, ist aber eine persönliche Präferenz von mir. Nichtsdestotrotz ist die Gurke dennoch sehr beliebt in deutschen Gärten anzubauen. Und da gibt es ein paar aufwendigere Pflegemaßnahmen, denn die Gurke wird nicht umsonst als Diva bezeichnet. Muss man ein bisschen aufpassen, dass die auch erfolgreich werden und auch die Früchte schmackhaft. Und von daher in dem Video alles, was du zum Gurkenanbau wissen solltest. Bevor wir einfach Gurkensamen packen und die einfach in die Erde werfen, ist auch hier wieder Planung sehr wichtig. Denn es gibt hier auch wieder viele verschiedene Sorten, die auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Da gibt es zum Beispiel solche Schlangengurken, Eindigegurken oder so Bauerngurken, wie sie genannt werden. Auch unter anderem mehr fürs Gewächshaus geeignet sind oder auch fürs Freiland. Manche, die halt mehr anfällig sind, Bitterstoffe zu bilden, andere weniger. Andere, die halt dann zum Beispiel mehr weibliche Blüten bilden und dann hier mehr auf Produktion aus sind. Wie zum Beispiel die Sorte Helena dazu gehört, dann gibt es auch noch Gurken, die man unter anderem veredelt. Das heißt, man nimmt halt einen oberen Gurkentrieb und tut den auf einen Wurzelstock von einem Kürbis zum Beispiel drauf machen, damit die zum Beispiel gegen Mehltau etwas widerstandsfähiger sind und auch besser produzieren, weil so Kürbiswurzeln dann doch massiver sind als so eine Gurkenwurzel. Auch hier ist es wieder wichtig, die entsprechenden Sortenbeschreibungen zu lesen, entweder im Internet oder hinten auf der Saatgutpackung, welche Vor- und Nachteile die spezielle Sorte denn hat. Ja, lesen, auch wenn es für viele dann doch etwas zu anstrengend sein könnte. Hey Lois, was macht ihr denn hier? Die Mädels vom Buchclub sind da, setz dich zu uns. Oh, okay. Voranzucht und Aussaat. Wenn du dich dafür entscheidest, mit Gurken vorzuziehen, dann sollte das ungefähr drei bis vier Wochen vor dem letzten Frost passieren. Das ist jetzt ein bisschen abhängig von der Region, in der du lebst, aber so April ist dann ein guter Monat, wo man dann hier beginnen kann, Gurken im Töpfen vorzuziehen. Ich mache es zum Beispiel Anfang April und setze dann so Mai, Mitte Mai dann bei mir in die Gewächshäuser oder auch in den Folientunnel mit rein, beziehungsweise ins Freiland, tu die Samen einen Tag vorher in Wasser einlegen. Du kannst auch noch Kamille mit dazugeben, damit halt die Keimfähigkeit nochmal erhöht wird und gib dann zwei bis drei Samen in einen großen Topf rein. Neun mal neun mal neu. Das machst du einfach aus dem Grund, weil die Gurke zu den Kürbisgewächsen gehört und die halt sehr wuchsfreudig sind und die Wurzelschäden nicht so gerne mögen, anders als bei den Tomaten. Das heißt, wenn du die dann pikierst, dann kann es halt unter anderem sein, dass du die Wurzel bestätigst und die dadurch im Wachstum gehemmt sind. Und das wollen wir nicht unbedingt. Und der andere Vorteil ist, wenn du dann jetzt, sagen wir mal, zwei Samen in einen Topf reingibst und die keimen dann beide, dann hast du halt hier eine Opferpflanze eventuell, die die Schnecken zum Beispiel fressen können, während die anderen dann gut wachsen können. Für die Anzucht nutze ich meine eigene Komposterde. In Social Media kommt es ja immer wieder mal vor, dass die Leute schon im Januar mit der Voranzucht von den Gurken beginnen. Und das ist dann so gut wie bei den meisten Fällen völlig unnötig. Die Gurken, wenn es wirklich warm ist und du auch dennoch das entsprechende Wasser da gibst und die Bedingungen erfüllt sind, wuchern die ziemlich schnell. Das heißt, die werden sehr schnell wachsen. Von daher, du müsstest sie ja auch theoretisch gesehen nicht vorziehen. Du kannst auch direkt auch Saaten von Mai bis Juni sogar machen. Die werden das alles nachholen. Sofern natürlich die Bodentemperaturen, die Sonne und das Wasser alles stimmen. Es ist auch wichtig zu erwähnen, wenn du dann deine vorgezogenen Jungpflanzen zum Beispiel nach den eisheiligen 15. Mai raussetzen möchtest, dass dein Boden warm ist. Gurken mögen keine kalten. Und auch wenn dann die Temperaturen unter 10 Grad zum Beispiel gehen, dann fangen die auch an, mit dem Wachstum zu hemmen. Und es ist mir immer wieder mal vorgekommen, dass selbst nach dem 15. Mai mal Perioden gekommen sind, wo es dann ziemlich nass und kühl geworden ist bis Anfang Juni zum Beispiel. Und dann kann es auch passieren, dass deine Gurken schwach werden, schon frühzeitig Mehltau bekommen oder wirklich dann im Wachstum gehemmt sind. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Also fix an einem Datum gekoppelt, immer ein bisschen beobachten, wie bei dir das Klima vor Ort ist. Kleiner Tipp von mir, wenn du im April mit der Voranzucht beginnst, dann tue immer wieder neue Gurken vorziehen, zum Beispiel auch noch im Mai und auch im Juni. Selbst wenn du schon deine Gurken an einem Platz gegeben hast, weil es kann immer wieder mal vorkommen durch Pflegefehler, dass eine Pflanze eingeht, kaputt geht und du dann immer eine Reserve hast zum neu raussetzen, dass die wachsen halt schnell, dann hast du immer noch eine Ernte. Und es kann dann schon passieren, dass du im Juli dann schon die Haupternte vorbei ist, deine Gurken anfangen zu kränkeln. Dann kannst du hier schon mehrere Gurken einfach austauschen, wenn du halt hier neue reinsetzt, eine gute Ernte hast. Also das heißt, du staffelst so ein bisschen, dass du halt die Haupternte immer ein bisschen verschiebst und die kontinuierlich die ganze Zeit eine große Menge von Gurken unter anderem hast. Die Standortbedingungen Wenn du dich dafür entscheidest, Gurken ins Freiland rauszusetzen, dann ist ein sonniger Standort mit einem gut durchlässigen Boden sehr zu empfehlen. Das gleiche natürlich auch für das Gewächshaus, wo du aber im Gewächshaus dann mehr darauf achten solltest, dass auch die Luftfeuchtigkeit sehr hoch sein sollte. Das kannst du auch unter anderem damit gewährleisten, indem du halt die Pflanzen mit einem Sprüher Nassmast, also angießt. In beiden Fällen würde ich natürlich das Mulchen bevorzugen. Das sorgt natürlich dafür, dass der Boden locker und durchlässig wird und auch der Mulchwasser auch gespart wird und nicht durch eine direkte Sonneneinstrahlung auf dem Boden verdunstet. Du kannst auch natürlich Kompost, gut abgelagerten Mist, Pflanzenkohle und Urgesteinsmehl, anderes weiteres organisches Material hier mit einarbeiten, um einen besseren, fruchtbaren Boden zu erzeugen, der auch gutes Wasser halten kann. Genau, Staunässe ist für die Gurken tödlich und da erholen die sich nur sehr schwer. Wenn das mal passiert, dann kannst du eigentlich deine Gurke gleich rauswerfen und eine neue reinsetzen. Die neue wird dann schneller kommen und dir eher Früchte bescheren als die alte, die sich erstmal von einem Schaden lange erholen muss, bis die dann wieder neue Blüten ansetzt. Empfohlene Abstände im Gewächshaus sind unter anderem zwischen den Reihen 130 cm bis 170 cm und innerhalb der Reihen 50 bis 60 cm. Im Freilang kann der Abstand ein bisschen enger sein, da wird 1 m empfohlen und zwischen den Pflanzen 40 cm. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass halt im Freien die Luftzirkulation ein bisschen besser ist. Aber im Gewächshaus zum Beispiel hängt es auch ein bisschen von den Abständen darauf ab, ob du dir jetzt einfach die Gurken frei wachsen lässt oder ob du dir jetzt dann ausgeizt, wo dann später zu den Pflegetipps kommen. Aber die Abstände einfach aus dem Grund, dass halt hier eine gute Luftzirkulation gewährleistet wird, die Pflanzen auch mit ihren Wurzeln unterirdisch nicht gegeneinander konkurrieren und du auch genug Platz hast, dass du mit den Pflanzen gut arbeiten kannst und die deshalb weniger Stress ausgesetzt sind und durch die Luftzirkulation auch Pilzkrankheiten wie der Mehltau nicht so schnell ausbreiten können. Denn je enger die Pflanzen dann zueinander stehen, Blätter sich dann vielleicht überlappen, alles ziemlich buschig wird, desto weniger Luft kann zirkulieren und mehr Feuchtigkeit kann sich bilden und dann wird halt hier eine schöne Grundlage für Pilze gewährleistet. Das Gießverhalten Das Gießverhalten ist ein wichtiger Faktor für eine ertragreiche Gurke, denn damit kannst du dir deine Pflanze ziemlich schnell kaputt machen, denn deshalb ist sie auch die Diva, weil sie einerseits nicht zu wenig Wasser haben möchte, aber auch nicht zu viel. Das heißt, sie möchte nicht austrocknen, aber sie möchte auch keine Staunässe. Sie braucht die optimale Feuchtigkeit im Boden, denn beide Fälle sind sehr stressig für die Gurken. Wenn du sie zu wenig gießt, dann kann es dann passieren, dass deine Früchte bitter werden. Die Bitterstoffe ist ein Fraßschutz und die Früchte dienen ja zur Samenvermehrung und wenn die Pflanze nicht genug Wasser hat, ist es für sie ein Zeichen, okay, es könnte bald zu Ende gehen, ich möchte mich nicht noch weiter vermehren. Es soll alles in die Samenbildung reingehen, das heißt, die Gurke soll so lange hängen wie möglich und deswegen pumpt sie da diese Bitterstoffe rein, um sich halt vor Fraßfeinden zu schützen. Wenn du zu viel gießt und dann Staunässe verursachst, dann kann es die andere Seite passieren, dann kann es unter anderem zu einer Gurkenwelke kommen und deine Pflanze halt auch deshalb eingehen und in dem Fall hängen dann die Blätter schlapp. Du denkst zwar, die Pflanze hat nicht genug Wasser und gibst ihr noch mehr und da ist dann das Problem, sie hat schon zu viel Wasser, also es ist Staunässe, sie kann schon kein Wasser mehr über ihre Wurzeln aufnehmen, deswegen hängen auch die Blätter, um halt hier das Wasser auch aufzusparen. Sie ist in einer Notsituation und dann verschlimmerst du noch die ganze Situation. Am besten ist es, du gießt deine Gurken morgens und schau, dass du lauwarmes Wasser benutzt. Eventuell hast du Regentonnen oder Regenfässer, wo sich dann das Wasser durch die Sonnenanstrahlung schon erwärmt hat, aber so kaltes Leitungswasser ist für die Gurken dann ziemlich verheerend. Wie gesagt, die mögen deine kalten Füße, ist für sie dann unnötiger Stress. Schau auch, dass du, wenn du etwas kühleres Wasser hast, dass du die Gurke dann nicht direkt damit gießt, also nicht direkt auf den Stiel drauf. Die Pflegetipps. Ich bin letztes Jahr dazu übergegangen, dass ich meine Gurken ausgeite, das heißt, die ganzen Seitentriebe entfernt, die sich an den Achseln gebildet haben und nur den Haupttrieb stehen gelassen, den ich an Netz- und Tomatenhaken aufgeleitet habe. So habe ich einerseits eine bessere Übersichtlichkeit, wo sich die Früchte denn bilden. Und da ist genau der Punkt, man soll halt die Gurken immer regelmäßig beernten, denn dadurch rege ich natürlich auch die weitere Blütenbildung an, das heißt, die Pflanze produziert immer weiter mehr Früchte und sobald ich halt eine Frucht hängen lasse, das ist dann für die Gurke das Zeichen, dass sie halt dann mehr in die Samenbildung geht, pumpt da ihre ganze Energie rein und wenn sie das dann einmal gemacht hat, dann stirbt die Pflanze ab, weil dann der ganze Zyklus beendet ist. Und so eine überreife Gurke erkennst du einfach daran, dass sie dann mehr so goldig und braun wird, dicker und härter. Sobald das passiert, ist Schluss und das möchte ich natürlich vermeiden. Deshalb am Anfang auch, wenn die Pflanze dann neu ist, immer die neuen Gurken abnehmen, vor allem am Anfang, da sollte die Gurke mehr ihre Kraft ins Wachstum stecken, damit sie halt besser wachst und dann halt später, wenn sie dann groß ist, mehr in die Fruchtbildung stecken. Deswegen tue ich auch, wenn die Gurken schon, wenn sie ziemlich klein sind, die ersten Blüten bilden, die abknipsen, weil sie nicht ihre ganze Energie in die Blütenbildung reinstecken sollen, sondern mehr ins Wachstum, bis sie halt eine ordentliche Größe erreichen. Wenn es dann in die Richtung des eigenen Saatguts geht, das mache ich dann ungefähr so August, Mitte August in den Zeitraum, dann suche ich mir von jeder Sorte eine Pflanze aus, suche mir da eine schöne Frucht und lasse die dann einfach dran hängen und wachsen, bis die ja dann überreif ist und das geht dann bis Oktober, November, bis eigentlich vor dem ersten Frost, damit die Pflanze ihre ganze Energie in die eine Frucht reinstecken kann. So, für eine Sortenreihe Vermehrung ist auch Verhütung sehr zu empfehlen, vor allem, wenn du mehrere Sorten hast und die Gurke hat ja männliche und weibliche Blüten und da kann es dann sein, dass die Bienen dann anfangen zu verkreuzen. Du nimmst einfach ein Wattestäbchen, gehst in die männliche Blüte und dann in die weibliche rein. Die weibliche Blüte erkennst du einfach daran, dass halt an der Blüte hinten so ein kleiner Fruchtkörper ist. Der andere Vorteil vom Ausgeizen ist, dass die Pflanzen nicht so buschig werden, das heißt, du kannst vielleicht auch ein bisschen mit den Abständen enger zusammengehen und die Luftzirkulation wird auch besser, das heißt, dass halt auch hier die Pilzkrankheiten sich nicht so schnell ausbreiten und die Pflanzen dann einfach genug Platz haben. Zusätzlich, um die Luftzirkulation zu erhöhen, würde ich auch immer die älteren Blätter entfernen, weil die auch dann sehr anfällig für Mehltau sein können und wenn ich zum Beispiel die Gurken ableite über die Tomatenhaken, dann kann es dann sein, dass die Blätter am Boden dann liegen und wenn du dann zum Beispiel nicht mulchst, haben sie direkten Bodenkontakt. Da sind ja auch die ganzen Pilze, das heißt, es kann dann schnell passieren, wenn du dann gießt, die Blätter nass werden, liegen am Boden, können nicht so schnell abtrocknen, dass du dann hier eine gute Grundlage für Pilze hast und das kannst du dann damit vermeiden, indem du halt die Blätter abkürzt und schneidest, abentfernst, vor allem wenn sie dann auch Mehltau bekommen, würde ich sie komplett entfernen und auf einen separaten Kompost oder eine Heißrotte geben. Wie schaut es mit dem Boden aus und mit der eventuellen Düngung? Also beim Boden durchlässig, humusreich, nährstoffreich, Gurken ist halt ein Starkzehrer, das heißt, du kannst hier Pflanzenkohle, Kompost, Mist, mit Mulch kannst du auch sehr gut arbeiten, Holzhäcksel, Bokashi mit eingraben, bevor du die Pflanzen raussetzt, das alles da mitmachen, dann brauchst du eigentlich, wenn du so einen Dauerhumus hast, einen Dauerdünger, sag ich mal, dann brauchst du die Gurken eigentlich nicht nochmal mit einem Flüssigdünger extra düngen. Reste von meinem Saft vermische mit Wasser und diese dann meine Pflanzen begieße. Das kannst du auch selbst herstellen mit einem Trester und Wasser, mit einem Mixer zum Beispiel, mit Küchenreste, das erwähnt zum Beispiel Herman Pommeresche in seinem Buch Humusphäre, wie man so halt dann seinen eigenen Dünger herstellt. Mixt einfach alles durch, nimmt dann nochmal einen Siebbeutel und tut dann hier das ganze Wasser rauspressen und mit der Flüssigkeit dann die Gurken zum Beispiel gießen. Effektive Mikroorganismen nutze ich auch sehr gerne. Wenn du zum Beispiel Algen in deinem Gießwasser hast, auch sehr zu empfehlen, kannst du ja auch Jauchen machen. Also eine Brennnesseljauche oder eine Beinwelljauche kann dir auch hierbei sehr gut helfen. Ein kleiner Tipp von mir, stell dir mal vor, du baust jetzt deine Gurken auf dem Acker an, im Freiland und tust dann die Pflanzen einfach wachsen lassen und hast dann so ein ganz großes Gurkenfeld und du möchtest sie jetzt gießen, weil es jetzt wochenlang trocken gewesen ist und du willst jetzt keine bitteren Gurken haben. Und da ist es halt dann so, du weißt halt nicht, wo die Pflanze ihren Ursprung hat beziehungsweise ihre Wurzeln, damit du halt hier speziell gießen kannst. Das heißt, nimm irgendwelche Stäbchen, ich habe dann zum Beispiel so kleine Bambusstäbe, wo ich die dann, wenn ich die Pflanze reinsetze, die nebendran, dann da genau muss ich dann gießen, dass ich die Pflanze dann direkt begieße. Man kann auch hier Olas nutzen, manche tun auch Töpfe mit eingraben oder so eine Plastikflasche dann oben reintun, damit du halt direkt die Wurzeln für die Gurken gießt, um halt hier Wasser zu sparen. Du willst ja jetzt nicht unbedingt den Mulch oder den Boden drumherum von der Pflanze gießen, sondern du willst ja direkt die Wurzeln gießen, was ja bei der Gurke sehr wichtig ist, weil sonst sie halt zu viel Stress bekommt und bittere Früchte dann bildet und das möchtest du ja nicht unbedingt. Im Sommer tue ich alle zwei Tage zum Beispiel meine Gurken richtig gießen, damit halt hier diese Bitterstoffe in der Gurke nicht vorhanden kommen oder sind, dass sie halt nicht so viel Stress hat. In meinem Folientunnel oder auch im Gewächshaus tue ich die Gurken auch sehr gerne angießen und dann mit einem Sprüher auch ansprühen. Das machen wir einfach aus dem Grund, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, damit die keine Spinnenmilben bekommen. Denn die mögen ein Milieu mit niedriger Luftfeuchtigkeit und wenn es halt trocken ist und so Spinnenmilben sind halt bei den Gurken sehr ärgerlich, da können sie enormen Schaden abbekommen und die können sich auch dann sehr schnell von einer Pflanze zur anderen ausbreiten. Und wenn wir gerade bei den Spinnenmilben sind, Krankheiten und Schädlinge. Mehltau. Sowohl der falsche Mehltau, wo sich die Blattoberseite so ein bisschen gelblich und so ein bisschen ein grauer Hauch bildet und der echte Mehltau, wo sich hier so ein weißgräulicher Pflaum bildet. Das sind zwei Pilzerkrankungen. Die kann man halt gut vorbeugen, indem man eine gute Luftzirkulation gewährleist, zum Beispiel mit dem Ausgeizen. Wenn es aber dennoch kommt, aufgrund von Taunässe zum Beispiel, die halt auf den Blättern dran klebt oder sie zu viel Stress ausgesetzt sind, dann tue ich halt hier gerne Natronlösungen anrühren, also zwei Esslöffel auf einen Liter und besprühe dann damit meine Pflanzen am Morgen, das alle zwei Tage. Man kann auch hier Rohmilch nutzen oder auch effektive Mikroorganismen, da bei beiden im Verhältnis von 1 zu 10, damit man hier die Milchsäurebakterien zum Beispiel hat. Natürlich versuche ich hier die älteren Blätter, die von Mehltau befallen sind, zu entfernen. Tue ich dann hier auf einen separaten Kompost, eine Heißrotte oder auch einen Bokashi einmal mit reintun, tue die dann fermentieren, damit der Pilz hier unschädlich gemacht wird und ich halt den Kreislauf bei mir im Garten geschlossen halte. Das Gurkenmosaik-Virus wird von Schädlingen übertragen, darunter Blattläuse oder die weiße Fliege. Hier ist dann sehr zu empfehlen, hier halt vorbeugen, im Wasserstrahl vielleicht abzuspritzen. Das heißt, man muss heute halt seine Pflanzen immer gut beobachten. Sie sollte auch hier dementsprechend kräftig sein, weil wenn das mal auftritt, dann ist es halt sehr schwierig, da etwas dagegen zu machen. Dann kann es dann sein, dass eine Pflanze dadurch geschwächt wird und eingeht. Und da gibt es auch viele verschiedene andere, ja, Schadbilder, Erscheinungsbilder, Pilzkrankheiten und auch Schadbilder, die halt meistens dadurch verursacht werden, indem man halt ein falsches Gießverhalten an den Tag legt, Pflegefehler einfach macht und die Gurke halt dann dadurch schwächt. Ich erzähle ja auch immer wieder, dass halt die meisten Schädlingsbefalle oder auch Krankheiten einfach dahingehend kommen, dass halt die Verhältnisse, die Bedingungen für die Pflanze nicht stimmen und sie deswegen nicht kräftig und stark ist. Deswegen sage ich ja immer, achtet auf einen guten, fruchtbaren Boden, gibt der Pflanze auch die entsprechenden Standortbedingungen, die sie halt auch mag, mit der hohen Luftfeuchtigkeit zum Beispiel auch bei der Gurke und schaue auch auf den entsprechenden Mischkulturpartner, wo wir dann auch später nochmal drauf eingehen, die auch dafür vorbeugend helfen, dass die Gurke zum Beispiel kein Mehltau bekommt, das kannst du mit Basilikum gewährleisten oder auch mit anderen Blühpflanzen, dass sich hier Nützlinge, Insekten ansieht und hier zum Beispiel dann die weiße Fliege oder auch die Blattläuse dezimieren, damit sich erstens diese zum Beispiel das Gurkenmoseikvirus nicht so stark ausbreitet oder auch bei den Spinnenmilben, die ja auch ein sehr starker Schädling für die Gurke sein kann, dass du halt hier die Luftfeuchtigkeit erhöhst und hier zum Beispiel eine Galarmücke dann auftaucht, die halt die hohe Luftfeuchtigkeit mag und dann hier etwas gegen die Spinnenmilben macht oder du holst sie auch zum Beispiel Raubmilben oder silvest sie halt irgendwie an, dass sie da auch dagegen vorgehen können. Mischkulturpartner So, günstige Mischkulturpartner sind unter anderem der Dill, der ja, weil er später blüht, auch noch Nützlinge mit anlocken kann, die dann die Schädlinge von der Gurke mit vertreiben können. Die Tagetes, die ja auch unter Idisch dann Nematoden anlocken kann, damit die Gurke zum Beispiel keine Wurzelschäden dann davon vielleicht bekommen könnte. Basilikum, dessen ätherische Öle auch gut gegen Mehltau ist. Knoblauch, genau das Gleiche, dessen Alicin, genau wie ein natürliches Pflanzenschutzmittel wirkt, auch wieder hier gegen verschiedene Pilzkrankheiten, Buschbohnen, Salatpflanzen oder wenn du wirklich mal Permakultur extrem machen möchtest, dann kannst du auch die Gurke in Bäume hochleiten und die Bäume als Krankhilfe nutzen. Habe ich auch schon gemacht. Natürlich kannst du auch viele verschiedene Kräuter wie Petersilie, Lauch, Fenchel und Boric zu der Gurke reinsetzen, damit sich hier mehr Nützlinge ansiedeln können, die deine Gurke dann davor Schädlinge schützen kann. Nachkultur Vermeide Fruchtfolgen und Mischkulturen mit anderen Kürbisgewächsen wie Kürbis, Zucchini und Melonen, weil sie halt hier meistens die gleichen Bedingungen haben, gleiche Voraussetzungen an einem Boden und auch hier ähnliche Krankheiten teilen und die Gurke bauen wir über einen relativ kurzen Zeitraum an, meistens so fünf, sechs Monate Maximum und in einer anderen Halbjahreszeit können wir ja den Boden und die Fläche ja auch nutzen, zum Beispiel um verschiedene Salatsorten, Herbst, Winter, Frühjahrssalate reinzusetzen, Radieschen können wir setzen, Feldsalat, Spinat, Gründünger wie zum Beispiel Facelia können wir auch an die Stelle reinsetzen, um halt die Bodenfruchtbarkeit zu gewährleisten. Wir können auch im Herbst oder im Februar nicht direkt Aussaat von dicken Bohnen machen und wenn wir dann unsere Gurken an die Stelle reinsetzen, können wir die dicken Bohnen abernten, sie ja als Gründünger sozusagen mit einarbeiten. Hülsenfrüchte haben ja die Fähigkeit durch ihre Knollenwurzeln auch Stickstoffen im Boden zu binden, das heißt wir können auch hier für eine Vordüngung für die Gurken sorgen und dann auch hier dann später die Gurken reinsetzen. Jetzt steht dir nichts mehr im Weg, die Originalwurst der Natur anzubauen. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir es doch gerne mit einem Daumen nach oben, schreib auch gerne einen Kommentar, wie du schau dir auch gerne weitere Videos, die du hier unter anderem findest von diesem Kanal an, um noch mehr von der Permakultur zu lernen. Da habe ich auch ein paar Gurkentipps auch mit dabei, werde ich dir auch hier verlinken, auch unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Erfolg bei deinem Anbau mit den Gurken. Wird sich lohnen, wird sich lohnen.